Hallo Freunde, heute war es soweit. Heute wurde offiziell von Rockstar der Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht, welches wohl Ende des Jahres 2017 erscheinen wird. Zumindest sagt mir das Amazon auf der Seite, wo man es bereits vorbestellen kann. Freunde, lange Rede kurzer Sinn, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Trailer. Musik 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 anda, Listen to me. Wenn die Zeit zum believer, nicht weiter von den An receive oft 나오иков. Hier wird überowanie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020